Hallo zusammen, hier ist wieder heute, schöner Abend, schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in Zulgurub erledigen können. Und dazu bin ich schon einmal hier in Zulgurub drin. Wir haben diesmal das Achievement Seemannsgarn. Und das finden wir einmal unter Berufe, Angeln und dann haben wir es da. Was müssen wir dafür machen? Angelt ein Gorubashi-Schatz in Zulgurub. Und wo können wir den angeln? Wir müssen einmal hier nach Zulgurub rein. Die Zone befindet sich hier im nördlichen Schlingendorntal. Und wenn wir dann hier reinlaufen, ist es so, dass wir quasi hier an diesen kleinen Spot hier hin müssen, auf die Koordinaten 54, 32, und dann hier einfach reinangeln. Ich habe jetzt hier, glaube ich, drei oder viermal reingeangelt und habe direkt den Schatz gekriegt. Den könnt ihr einmal täglich holen. Und es gibt zwei verschiedene. Einmal einen Schatz, wo ihr direkt aufmachen könnt. Und einmal einen Schatz, den ihr quasi mit einer Schlossknack-Fähigkeit öffnen müsst. Ich kann euch jetzt mal auch kurz zeigen, was da drin ist. Und zwar habe ich hier im All of Things ein paar Möglichkeiten angeln. Hier haben wir es. Und da, seht ihr, haben wir hier den anderen Schatz durchnetzte, Gorubashi-Schatz. Und hier habe ich durchgeschüttelter Gorubashi-Schatz. Also das sind die beiden quasi identischen. Einen von beiden könnt ihr looten. Beide zählen für das Achievement. Und beide haben auch eigentlich denselben Loot drin. Bloß den einen, wenn ihr einen Zonk gezogen habt, dann habt ihr den, wo ihr quasi aufmachen müsst. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr seid Schurken, könnt ihr es selber aufmachen. Oder ihr seid bei den Necrolords. Die haben einen von diesen Seelenbanden. Da kann man einmal am Tag eine Kiste öffnen. Oder ihr kauft euch einfach einen Dietrich-Maha. Ich habe mir jetzt mal hier den Kobalt-Dietrich gekauft. Der hat vier Gold gekostet. Der müsste es eigentlich tun. Und ja, ihr seht, mit dem Ding kann ich das einmal aufmachen. Den kann, glaube ich, ein Schmied oder so herstellen. Also könnt ihr euch selber herstellen, wenn euch vier Gold jetzt tatsächlich zu viel sind. So, jetzt erstmal, wann könnt ihr hier angeln? Was braucht ihr da als Voraussetzung? Ich habe vorher einmal das andere Achievement gemacht. Relikt eines vergangenen Imperiums. Da muss man, um es jetzt vielleicht zusammenzufassen, hier in die Pyramide rein und unten drin einen Relikt in der normalen Phase holen. Dann zwei Bosse töten, den Bosskampf beginnen und dementsprechend dann in die Geisterphase kommen. Wieder unten reinlaufen, wieder einen Teil bei dem Gong looten und das dann in Dazaar-Lor bei einem Händler abgeben. Und dann kriegt man das Achievement und dann hat man quasi hier, ja, uralte Geheimnisse zu Grupp freigeschalten. Ich vermute, man braucht das Achievement, um die Kiste rausangeln zu können. Sicher weiß ich es nicht genau. Ich habe dazu, wenn euch das jetzt zu schnell war, auch schon einen Videoguide aufgenommen. Den werde ich euch verlinken. Da könnt ihr dann gerne reinschalten. So, jetzt schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Wir haben jetzt ein paar Relikte gekriegt. Ich habe auch eine Waffe bekommen. Oh, nice, T-Mock. Und, ähm, ja, die Relikte wiederum kann man brauchen, um einige alte Rezepte zu kriegen. Also, da ist einiges an Stuff geboten, den man jetzt hier machen kann. Und nebenbei gibt es halt auch nochmal ein schönes Achievement, was wir uns darüber auch eingeheimst haben. Übrigens, ähm, ihr könnt es hier nur rausangeln, wenn ihr auch einen Buff drauf habt. Und zwar, äh, wenn ich jetzt hier runterlaufe mit meinem Hordenschar, seht ihr, da kriege ich hier einen Buff drauf. Und wenn ihr den Buff drauf habt, dann könnt ihr hier reinangeln. Wenn ihr die Kiste rausgezogen habt, verschwindet der Buff. Also, ihr könnt es nur einmal am Tag machen. Und darüber wisst ihr, falls ihr mit den Chars durcheinander kommt, äh, wenn ihr den Buff nicht kriegt, dann habt ihr es an dem Tag schon rausgeangelt. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen, ähm, hier Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Ich werde demnächst nochmal einen größeren Guide hier für die ganzen ZG-Rezepte-Farm-Geschichten machen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.